Zum ersten Mal auf deutschen Mattscheiben. Er war der schwarze Hammer in Rocky 3. Er grunzte sich erfolgreich durch das A-Team. Jetzt ist er der Star für die Kids von der Straße. Man muss seinen inneren Schweinehund bekämpfen. Blake Power bei RTL 2. Mr. T ist der stärkste Mann der Welt. Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL 2. Drama bei RTL 2. Ein Unschuldiger verurteilt für ein grausames Verbrechen. Der Fall Ihres Bruders ist seit langem abgeschlossen. Ich nehme ihn wieder auf. Die verdrängten Erinnerungen an einen eiskalten Kindesmord werden wieder wach. Sie haben ihn aufgegeben, stimmt's? Sein Leben bedeutete Ihnen gar nichts. Das Ende des Schweigens. Donnerstag, 20.15 Uhr bei RTL 2.